Durchbruch für ein Abkommen zu ukrainischen Getreideexporten. Seit Wochen forderte die internationale Gemeinschaft Russland dazu auf, den Export von ukrainischem Getreide zu ermöglichen. Nun konnte in Istanbul ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet werden. Dafür reiste der russische Verteidigungsminister Sergej Shoigu zur Unterzeichnung in die Türkei. Die UN und die Türkei haben sich seit rund zwei Monaten um ein von Guterresch als Paket bezeichnetes Abkommen bemüht, das die Wiederaufnahme ukrainischer Getreideexporte aus dem Schwarzmeerraum und die Erleichterung russischer Getreide- und Düngemittellieferungen vorsieht. Zuletzt waren zwischen 20 und 25 Millionen Tonnen Getreide in der Ukraine blockiert. Vor der russischen Invasion war die Ukraine der weltweit viertgrößte Exporteur von Weizen und Mais. Die Blockade ukrainischer Häfen durch die russische Schwarzmeerflotte und westliche Sanktionen gegen Russland haben weltweite Lieferengpässe verschärft. Die Lebensmittel- und Energiepreise schossen in die Höhe. Verantwortlich ist dafür der russische Angriffskrieg und seine Folgen.